Und damit willkommen zurück zu Age of Mythology, we told im Live-Let's-Play. Ha, ich hab's geschafft. Unsere Schmiede wurde von Riesen überfallen. Wir brauchen eure Armee, um sie zu vertreiben. Es tut mir leid. Wir haben im Moment keine Zeit, euch zu helfen. Wartet. Könnt ihr Midgard von eurer Schmiede aus erreichen? Natürlich. Unsere Schmiede liegt tief unter den Bergen und unsere Minen laufen komplett hindurch. Ihr helft uns also? Wenn ihr uns nach Midgard bringt. Ausgezeichnet. Kommt. Der Mineneingang ist hier. Hier? Ist wo? Habt ihr irgendwas Besonderes? Ihr könnt nur... Ja. Bauen. Äh. Bauen. Hey. Hey. Ich hab euch nichts getan. Ich bin wie Lady Madur. Außer herzlich zu sein. Was? Wir sind wie denn jetzt? Äh. Wieder Thor. Das ist doch nicht eine Fähigkeit von Thor. Wir sind nicht Thor. Sind wir der Loki oder Odin? Das ist unsere erste Fähigkeit auch Gold. Ich bin jetzt so ein Mix-Haus. Okay. Ah. Ah. Alles klar. Ich könnte... Ich könnte sogar Gold. Alles klar. Abbauen. Ja. Tilbin. Skipp an. Ah. Ach, darfst du ein... Okay. Ich sehe den Eingang. Tilbin. Some such. Something. Das ist auch noch einer. Ist es mehrere Eingänge? Ich glaube schon. Warte mal kurz zurück. Du kannst schneller erkunden. Und es gibt noch einen Eingang. Gefällt mir nicht, wenn es zu viele Eingänge sind. Hier oben ist noch... äh... drauf. Eine Siedlung. Okay. Sehr schön. Also brauche ich ja mehr Nahrung. Und Holz. Sie zählen nicht mal als Gold, Leute. Dann alles klar. Steckt die Rüste. Und so hat eine Nähe. Und macht sie Widerschutz wie gefälligte Angriffe. Ja. Die Waffen von Salern. Alter. Nichts zu unterschätzen. Der hat einfach 10% auf Eis bekommen und hier nochmal... Ich habe keine Ahnung, wieviel Prozent das waren. 25%? Zusatz? Ja. Das war einiges. Das war einiges. Ich habe anscheinend. Ich habe anscheinend nur die drei Eingänge. Ich habe anscheinend nur die drei Eingänge. ich probiere es gerade aus einfach ja 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 Ja, ich bin sass, ja, ich bin sass. Ah, draus. Till Eleven. Ah. Ich bin sass, ich bin sass. Till Eleven. Sass auf. Sass auf. Sass. Till Oll. Und zurück. Acht, danke. Nee, du sollst... Du sollst nicht an Gold gehen. Ach, die haben die Ochsenkarten auch zerstört. Danke. Dann nach oben hingehen. Ich bin... Ja. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich glaube mal, dass die Mission gar nicht so schwer ist, aber ich mache es mir irgendwie länger. Und theoretisch ist der einzige Eingang, da ist dieser Ausgang. Alle anderen sind ja abgesperrt. Theoretisch. Ey, ja, ey, ey. Sie sind nicht mehr gauche�你們. Bindest nicht mehr verloren. Dann mit dir... Ja, ich bin... Ja. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja... Ja, ich bin ... Ja, ich bin ich mir... oder weiteran? Samtig sagt Samtig, jähr wil jao jähr wie Samtig, jähr wil jao sagt jähr wil jao so So. Dafür brauche ich mehr Gold. Ja, viel mehr Gold. Hä? Warum hatte ich hier ne Meldung doch? Oh. Ja? Bitte. So. Danke. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Pilken. Oh. Oh. Gleich weiter. Ah. Auf die Felder. Ich brauchst du da so erstmal Zwerge. Ah. Klar. Ach, die sind Loki. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich weiß nicht was, aber ich verstehe schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gibt es aus zu bilden. Wenn wir mal gucken. Wir haben hier bei der Schütterung die... ein Heria. Ja, okay. Bei Küren. Hä? Was wäre doch... Ah. Die können heilen. Oh. Hä? Okay. Kaiju. Ah. In Kaijuak. Ihaju. Geschafft. Das ist halt... 22 kommt der aber kostet irgendwas von den doppelt ne ist da nur 1 warum steht hier 32 ja doch rechnen hiski rechnen gott bin ich doof sehr doof ich war einfach der zweites ist halt als helden sind müthliche einheiten aber sind auch gut gegen müthliche einheiten ok das ist interessant interessant kommt rein hier so wohl du komm mit du mach mal hütchen so warum war das hier oben markiert hallo ballista ernst ich habe mich verarscht sehr stark verarscht gut dass er nichts macht ist denn da jetzt mal eine sekunde mal nicht bei sich im dorf und dann sowas eine sekunde wo wo immer die immer her kommen erkunden wir mal ein bisschen na hallo hallo die riesen werden uns zertreten wenn wir diese mauer nicht für sie durchbrechen was zum ja ja uh something oh hi oh 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 Ah, warte mal. Oh Gott, sehe ich es gerade. Ups. Infernerie wird schon ausgewertet. Geschwindigkeit der Helden. Jetzt nicht so... Yay, das muss ich haben. Unbedingt ausbilden. Ist noch eins drin. Was haben wir denn da? Das ist in Ordnung. Oh, hallo. Ah. Sehr großes Aua. Ah. Ah, mach was trinken. So, kommt mal her und heilert euch alle. Ich speichere mal. Ja. Hallo, bleib hier. Oh, da kommt ein Autospeicher. Ich gebe ihn. Was ist das? Ich will. Ich passe auch noch heute zusammen. Was ist das? Groschritten. Tilbue. Satt. Ja. Satt. Ich will. Satt. Hallo? Ist ja was. Ist ja noch nichts. Ah, hi. Trimbulwinterwolfe. Ab raus. Jao. Außer heilen könnt ihr nicht viel machen. Haben die allgemeine extra Schaden gegen Mütje-Einheiten? Die können ja noch von dort kommen. Satt. Jegbi. Ich habe immer noch nicht genug Gold jemals angesammelt bekommen, um hin zur nächsten Zeit zu gehen. Ah. Schön. Ich bin. Ich bin. Or, wenn sie nicht auf drawer sind. Wir sind sicher, dass wir bereit sind. Ich bin sicher, dass wir bereit sind. Ich bin sicher, dass wir bereit sind. Ich bin mir sicher. Ja, ihr macht das. Ja schön. Ist sie riesig zurückziehen? Was? Ah. Äh, nein. Kommt ihr denn? Nein. Weg mit der Ausbildung hier. Bitte, danke. Haben wir es geschafft. So, halt mal. Sind immer ne Einiger. Yay, endlich ist nächste Zeit, Alter. Hat ja nur gedauert. Ja. So, was haben wir auf der Seite? Ach, da oben. Ach Gott. Die Riesen haben eine Heilquelle geschwommen. Wir können sie nutzen, wenn wir das Gebiet um sie herum kontrollieren. Oh, das sollte nicht allzu schwer sein. Das glaube ich, musst du erst weg. Danke. So, noch ein paar restlichen Gebäude hier und dann sollten hier an sich nichts mehr sein. Hm. Notfalls spule ich euch einfach vor. Ah, wir warten noch kurz. Beschützt die Schmiede. Ah. So, also. Äh, oh hi. Okay. Halt euch mal gegenseitig. Hier sind noch mehr, ah. Weil ich glaube mal, dass sie halt eben aus den Seitengängen rauskommen könnten. Und der jetzt nicht so sehr bringt hier. Du musst dich zerstören. Weiß es nicht. Äh, eh, eh, eh. Kommen wir aber an. Die wollen es wissen. Dass das immer noch aufwendig ist. Machen wir die Ausbildungsstilten kaputt. Oh. Ein bisschen Platz geschaffen. Die tun auch ganz schön weh hier. Ey, 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 ey. Ey, 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 zurück, zurück, zurück. Ah, Gold. Tschüss. Hier baut er schon auf. Also dann verteilt man sich die ganze Zeit dagegen oder man greift selber an. Ey, 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 ey. Und jetzt ist der Rückzug. Die Haft noch war auch. Oh. Baut mal mehr. Wie lange brauchst du so ein Tempel zum Bauen? Normalerweise 30 Sekunden und du brauchst auch 30 Sekunden, okay. A hero has fallen. A hero has fallen. Kommt aber auch an. Das ist nur gegen Gebäude gut. A hero has fallen. 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 Gehen wir manuell speichern? Äh. Moment. Ja, ich darf also die gesamte Mission nochmal machen. Cool, cool, cool. Danke. Puh, Jep. Puh, Jep. Puh, Jep. Puh, Jep, Jep. Puh! Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich habe jetzt, äh, kann jetzt das müdliche Zeit, Alter. Fimbulwinter bringt mir an sich nicht so sehr was hier in dem Falle. Multiplayer ist Fimbulwinter echt nett. Kann extrem nervig. Ich glaube mal, dass hier die Feuerriesen wieder in ihr was bringen als, äh, fernres Wolfsbrut, ja. Weiter hört die Schaden, der Kavalerieplünderer in den Menschen, die in den Fährkampfsoldaten, nicht so wichtig. Tragbare Ramonswergen, boah, äh, ja. Allein für die Feuerriesen. Komm, gehen wir da hin. Okay. 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 Das war's für heute. So, dann haben wir jetzt den Punkt hier. Jetzt versuchen wir mal hier von der Seite aus eher anzugreifen zuerst. Bevor wir dann mitten ins Westen... 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 Wieso will ich Westen... Nicht sagen nicht Westen... Bevor wir hier ins Westen-Nest stechen. So, jetzt. Gott, Hilfe. Und jetzt mal auf... Äh, da... Komplett jetzt mal hochgetackt, bevor ich angegriffen habe. Ich würde hier auch viel, viel bessere Chancen haben. Ja, Timberswet. Es gibt... Timberswet. Sehr, sehr viel bessere Chance. Ja. Oder ich mal das Gold, danke. Ja, aber hübsch gebaut. Na mal Schaden. Oh Gott, ich könnte ja mal aufhören. Und man da und... Oh, na gut. Das ist was anderes. Nichts mehr zu finden. Holz, obwohl ihr direkt um die Ecke habt. Alles. Das war... Zwar alle eingefroren. Ringen so gut wie irgendwie nie Schaden, aber... Ich habe genug Einheiten, dass trotzdem Schaden durchkommt. Bei 100% heißt es entscheidend nicht 100% hier. Wie die hier rüberschießen, das sieht auch schon cool aus. Wir haben es geschafft. Die Schmiede ist gesichert. Okay, nicht mal die Zeit. Alles klar. Oh Gott, ey. Das war aber... Ja. Durch diesen Scheiß... Ich kann nicht laden. Es ist... Da bringt es ja nichts abzuspeichern. Das ist echt unverbraucht. Das ist wieder euer. Ich glaube, ich habe genug von den Riesen. Oh, es wird noch viel mehr Riesen in Midgard geben. Kommt, wir zeigen euch den Weg. Yay. Die meisten von euch sind keine Nordmänner. Warum geht ihr nach Midgard? Ein Feind von uns ist hierher gekommen. Er ist auf der Suche nach einem Eingang in die Unterwelt. Wir müssen ihn aufhalten. Die Unterwelt? Nivelheim? Nun, viel Glück. Das ist Midgard. Wir müssen in unsere Schmiede zurückkehren. Glaubst du, sie finden die Passage nach Nivelheim? Wem sollen wir sonst folgen? Kommt, lasst uns alles schnell zusammenstellen. So eine seltsame Frage. Glaubst du, sie schaffen das? Wem sollen wir sonst folgen? Oh, okay. Zuerst überfällt uns der Eishar-Clan. Jetzt steigen diese Riesen aus den Hügeln herab. Still. Ein anderer Riese kommt hierher. Was hat euch aufgehalten? Akantus brauchte länger, um den Pass zu erreichen, als wir erwartet hatten. Hat Loki sich um unsere Konkurrenz gekümmert? Ja, es gibt einen Gott, der über diese Menschen wacht. Aber Loki hat die Quelle seiner Kraft, einen Hammer, gefunden und zerstört. Ohne ihn hat er keine Macht. Ausgezeichnet. Vielleicht muss ich dich doch nicht töten, Kanzet. Lass uns gehen. Mal gut, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, das so leichter. Und wir hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Bis dahin.